Rusev Udria, Rusev Matschka und in dem Sinne einen wunderschönen guten Tag, äh, von mir, hier ist wieder Tobi und wir sind zurück bei WW2K15, äh, ja, der Stellvertreter Wladimir Putin zu der WWE, Rusev wird antreten gegen Xavier Woods, also wir haben jetzt mit, äh, Sami Zayn und Adrian abgeschlossen und jetzt, äh, kommt also der Russe, beziehungsweise der Bulgarier, der, äh, der jetzt in Russland, äh, residiert, kann jemand von euch das R rollen, also ich kann nur Rusev, Rusev, der Turbalken sieht dabei großartig aus, Rusev, und meine Fresse, ach, meine Fresse dazu, guckt weg, ähm, so, gegen Xavier Woods und das sollte jetzt nicht die Herausforderung sein, wir gucken einfach mal, Xavier Woods guckt sehr, sehr angestrengt, Single Smash, gewinne bei Pinfo Autos, ein bisschen verursachen, halb von zwei Minuten kritischen Schaden, vermeide kritischen Schaden zu erleiden, ja, wo ist der Feuer bei NXT, der, der die Leute geswatcht hat, der Entryl ist bestimmt cool, oder? Oh, Lana! 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 Er guckt ein bisschen emotionslos, Sonst aber ganz nett, aber er guckt halt, wirklich so ein bisschen, I don't know what I'm doing! Und ein bisschen, so weiter. Also geht's mit... und in... Ja das war mal ganz nett gemacht, Anference an sich ist in Ordnung, wird auf der PS4 aber noch besser sein. Xavier Woods, wer interessiert sich für den? Ich hab den Tonbalken gesehen, es reicht, es reicht. Bitte nicht mehr. Achja. Achja. Hier kommt das Wasser her. Wird mir eine Freude sein, den eben mal ganz schnell zu zerstören. Dann gucken wir mal, ob wir ihn hier ein bisschen zurechtweisen können. Ich zeig dir mal einen Bodyslam, okay. Äh Kumpel, lass das mal. So machen wir das mal gar nicht hier. Pass auf, ich zeig dir mal wie wir das hier machen. Guck. Ne, so wahr. Nehmt keine Leere an. So pass auf, hier so. Und dann so und dann genau. Ja. Bierhack. Bringt jetzt nicht ganz so viel. So. Boah Alter. Was für'n Slam. Was für'n Slam. Was für'n Slam. Was für'n Slam. Oh man. Das war stark gemacht. Oją. The elbow connects. I don't like how slow he is to react right now. Oingo Weseth. He's measure. Whoa hits. That a whole lot of. Nehmt aoque'n Slam. What a unbelievable debut he was for Rambliel. Und. He's done. He's done. I hide and I have failed? He's done. He's done. Jetzt muss ich ihn noch mit dem Accolade zur Aufgabe bringen, okay. Okay. Jetzt fängt Xavier Woods hier auch noch an. So nicht. So nicht. Party, Party, Party. Okay, und dann zu mischen. Krieg ich hin. Spam. Gute Nacht. So, Accolade, das heißt jetzt Controller Smashing. GG. GG. Die Folge war so kurz, dass ich da fast schon wieder sagen könnte, diese Woche gibt es drei Folgen. Weil, sind wir ehrlich, ich mach das ja kapitelweise und jetzt wirklich was passiert ist nicht. Wir sind jetzt bei sieben Minuten. Joa, es gibt ja jetzt schon zwei Folgen da wird aber die 2K15 pro Woche, nachdem 2K14 ja jetzt abgeschlossen ist. Joa, vielleicht gibt es jetzt die Woche drei Folgen. Am besten ihr guckt mal auf den Uploadplan auf facebook.com slash 3tgaming und dort werdet ihr schlauer. 76.125 Punkte. Impressive. Zweieinhalb Minuten. Nehmen Sie nur, würde ich sagen. Meldet mich ab, bedanke mich fürs Zusehen und sage, macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüss. Oh, ich muss in die Kamera. Ich melde mich ab. Macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.